da sind bestimmt informationen drauf wolver munition l barrett der computer von barrett ich glaube das könnte interessant alles klar alles klar na komm warte mal ich glaube ich muss neu laden denn ich glaube ich habe gerade aus versehen einen nuk virus auf ein auf eine einheit eingesetzt die level eins war aus versehen und das will ich eventuell vermeiden dafür hecke ich auch gerne noch mal das sind die stoppwärme und das ist der nuk virus ja ich hatte bloß noch 36 gerade vor lauter aufregung dann irgendwo hingetippt nein okay los geht's na verdammte scheiße ich bin das von anno zu sehr gewohnt ja komm zugriff gewinn alles klar startausbericht wir sind natürlich nicht begeistert aber die mission auch von anfang an riskant ist vermutlich nicht klug so großes vertrauen in einen externen zu setzen der holländer ist gut aber leider auch temperamentvoll und impulsiv er ist vermutlich in panik geraten und hat die verbindung getrennt wir versuchen ihn zu finden bergen sie einstweil in den ua sie haben alles was sie brauchen äh mission ist ein reinfall die laut hat b4 abschluss äh abschluss gestoppt kein wort vom ua oder holländer seitdem äh pikus meldet mindestens ein toten pft vermutlich er falls ja hat das dmpd die leiche brauchen hilfe von ihrer seite bitte am anweisen wait get verschlüsselt gab es davor eine nachricht was haben sie für eine operation laufen sie wollen die leichenhalle doch abregeln ich komme mir vor wie ein penner der mit runterglasen Hosen beim scheiß nevischt wurde äh sergeant mir ist klar dass sie wegen des zwischenfalls in der leichenhalle aufgebracht sind aber sie müssten auch mich verstehen so gerne ich ihnen die waren äh die wahrung ihrer interessen auch zusichern würde von den interessen ihrer vorgesetzten ganz zu schweigen ich kann nicht mehr tun ich kann nicht rausfinden wer mist gebaut hat äh und ihn mir vorknöpfen das würde viel zu viel aufsehen erregen und aufsehen ist etwas das wir gerade gar nicht brauchen ich schlage deshalb vor dass sie die räume unsere räumlichkeiten vorantreiben gm ok ok barrett ja gut so aufschlussreich war es jetzt auch nicht aber ok außer ich habe irgendwas komplett übersehen so weiter geht's snacken wir uns noch die medizin was ist denn hypostium ne hypostim was war es kein platz im inventar was bist du hypostim gehört 50 zusätzliche gesundheitspunkte außer in der inventar beschreibung dass den gesundheitsbalken über die maximale 100 punkte anhebt falls die gesundheitsbalken bereits voll ist extra punkten verbracht werden sie nicht wieder regeneriert oh dann ist der effekt relativ akzeption ach so das ist gar nicht ähm nein ach so das ist dann bloß einmal sozusagen und danach ist futsch da hat jemand sein geld vergessen ich bring's ihm da hängen blutproben oder was auch immer das ist nix ja ich weiß ich sehe auf der minimap ja eigentlich dass da nichts ist so pda oh da ein bisschen was neues ach ne das haben wir gerade schon gelesen hören sie es ist nicht ihre schuld sie können nicht ahnen äh sie konnten nicht ahnen wie weit der mann gehen würde um die loyalität seiner männer sicherzustellen entscheidend ist doch dass keiner von ihnen gestorben ist und deshalb haben wir immer noch die chance etwas zu verändern wären nicht sie sondern irgendein anderer chirurg in diesem raum gewesen würden wir das vermutlich nicht sagen alles klar das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht einordnen die schönen alten Tabletten okay das war's aber hier mit den Rahmen ja okay quick save und runter so wo muss ich hin dahinter muss ich noch sehe ich keine Leute was sich aber sehr schnell ändern kann da hinten ist nix hier auch nicht ich könnte da mal kurz reinschauen naja da ist keine Tür alles klar kann ich nicht reinschauen oh warte mal na will er jetzt nicht mehr naja er kann sich auch schlank machen der liebe Adam geht es auch wenn ich knie so okay okay hey seht mal da ein verirrter Pfadfinder das ist der Kerl der meine Operation in der Leichenhalle ruiniert hat leg ihn um Barrett mit dem größten Vergnügen äh alles klar ganz kurze Pause gleich geht's weiter erster Bosskampf also wo ist der Revolver da ist der Revolver alles klar alles klar die Frage ist ne das klappt nicht das klappt nicht das klappt so nicht muss ich auch anders probieren okay ja gut äh treff ich den überhaupt da rausdrehen schnabel die dann ja Boah, das muss so warm werden! Oh, oh, oh. Boah, das hat man nicht gut sehen! Äh, äh. Wie kann ich den denn da hinten hinlocken? Ähm. Na komm, jetzt lauf! Ähm. Wow, das kann ich was aufheben. Ich dachte, das wäre ein Explosionsfass. Oh, oh, oh. Siehst nicht gut aus, Junge. Oh, nein. Oh, oh, oh. Das ist vorbei. Hm. Hat der auch irgendwo eine Lebensanzeige oder sowas? Ja, komm, nochmal. Springen. Aua! Komm, jetzt zünde! Ja, ja, ist sehr gut. Baby, wie kann ich den ferngesteuerten Sprengsatz entzünden? Den muss man vielleicht mal ganz kurz durchlesen. Weil das ja vielleicht dann doch eventuell entscheidend. Auswahl und wie Granaten werfen. Halten Sie die Werfen-Taste um den Sprengsatz. Ah! Alles klar. Okay, Schmerzmittel war auf der 5. Komm raus, Grün-Schnabel! Packst du Ananas, Kleiner? Na komm, lauf! Jetzt lau... Alter, lad nicht so lange nach, sondern... Lauf! Jetzt lauf! Packst es nicht, ey, der Typ. Was war das denn jetzt gerade? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Hat er eine Granate geholfen? Weil das ist ja echt nicht cool. Alter. Ich hasse Bosskämpfe, hab ich das schon mal gesagt? Jedes Mal wieder diese Sequenz. Komm raus, Grün-Schnabel! Alter, warum... Warum... Äh... Hinkt der denn jetzt gerade so? Alles klar, stört ihn keinster Weißer. Hohohohoho! Junge, lauf halt! Oh Gott, du wirst noch mehr Büsse! Das reicht jetzt! Also, die Headshots hab ich denn dir mittlerweile gegeben? Okay, boah. Irgendwo seine Health-Anzeige. Ist das die Links unten unterm Radar? Ey, jetzt lauf! Die verschluckt denn der... Lässt das! Alter, endlich! Sie dürfen nicht sterben. Erst hat der Pfadfinder ein paar Fragen an Sie. Ihr Anführer, der Kerl, der Sie Barrett genannt hat. Wer ist das? Warum hat sie FEMA auf Seraph Industries angesetzt? FEMA? Denkst du, FEMA schert sich um die Firmengeheimnisse eines schäbigen Biotech-Unternehmens? Ihr habt schlimmere Feinde als FEMA. Ach ja? Wen denn? Wen? Flieg nach Shanghai. Heng Xia... Court Gardens. Penthouse. Sag... Sag ihn. Das dich Barrett zur Hölle geschickt hat! Jensen, was ist da unten los? Diese Soldaten sind so schnell abgehauen, das glauben sie nicht. Haben die sie gesehen? Nein, ich war ohne Licht, für alle Fälle. Sind Sie okay? Ja. Geben Sie mir, Seraph. Erst bringe ich Sie hier weg. Gehen Sie zur LZ. Ich hole Sie dort ab. So ein Raketenwerfer wäre jetzt ganz geil gewesen, wa? Okay. Lass mich mal noch ein bisschen hier rumschauen, weil... Man will ja nix liegen lassen. Ich hätte auch von oben auf ihn schießen können. Wow. Wodka. Wodka. Schrotflinte. Der Wodka. Ähm... Lass ich mal ganz kurz fallen. Äh... Wodka. So. Untersuchen. Gewährt 20 zusätzliche... ... ... ... ... ... ... ... 20 zusätzliche Gesundheitspunkte. Die Frage ist, ist es jetzt dann permanent oder nicht? ... ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018